So liebe Freunde, da sind wir wieder in einer neuen Folge, Folge 43 glaube ich ist es. Wir waren in der letzten Folge ja hier und sind hier ein wenig oft gestorben. Jetzt habe ich es einmal komplett in Ruhe gemacht, also ich habe eigentlich sofort weitergespielt. Ihr musstet ja einen Tag warten, ich jetzt nicht. Ich habe mir echt 5-6 Minuten mal so ein bisschen Ruhe gegönnt und habe das dann nochmal neu gemacht. Und bin jetzt mittlerweile hier und habe glaube ich die, keine Ahnung was jetzt aktiviert. Die war auf jeden Fall ja irgendwas, die Uhr läuft immer noch. Keine Ahnung was jetzt hier gerade gemacht habe, ich habe hier nur, also Mensch ich meine, ich gucke mal hier wo ich jetzt zuletzt war, hier war ich doch. Was habe ich das gemacht, was bringt mir das jetzt? Achso, jetzt ist das hier ruhig. Achso und der Aufzug ist runtergefahren, okay. Da oben war da auch nochmal eine lustige Geschichte, das ist echt voll der Quatsch gewesen. So, hier nochmal schnell durch. Oh mein Gott. Okay. Lol. Äh, Momentchen mal. Ey, das ist jetzt natürlich ein Witz, ne? Dass ich die jetzt da so schnell beschreien muss. Das ist ja nicht so geil. Ohne Witz. So. Ich habe jetzt noch eine Minute Zeit, die Reintorritische zu befreien. Uiuiuiuiui. Okay. Hä, Moment mal. Nein. So. Junge, das... Ich war doch da eigentlich dran. Pass mal auf. Hier, so. Kannst du noch ein bisschen näher rangehen. So, speichern. So. Okay, der war scheiße. Okay, der war auch echt gammelig. Oh, der war auch scheiße. So. So. Jetzt geht ihr mal alle schnell hier rein. Jau, ist klar. Ja. Gasabsperrung? Okay. Hier, ich bin. Face-to-face mit Mulloch, der Gluckon. Ja, Tauz. Du. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Ah. LOL. Oh, man. Ich glaube, wir haben drei Mudokons leider nicht befreien können. Wo waren die denn jetzt noch? Irgendwo in Rapture Farms im Zulack 4. Wahrscheinlich so ein ganz kleiner Geheimracht mit drei Mudokons. Hm. Ja, da müssen wir nochmal gucken, ob wir die vielleicht nochmal retten, ob ich das nachreichen kann. Oder ob ich die irgendwo noch anders vergessen habe, aber ich glaube nicht. Also ich bin sehr beeindruckt von dem Spiel, sehr schick gemacht, sehr lustig, aber immer dabei. Immer ein paar kleine Gags dabei. Ape ist einfach klasse. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Die Rätsel sind echt auch ganz gut. Nichts zu crazy, aber teilweise auch wirklich so, da denkst du, hä, wie geht das jetzt? Bist du teilweise echt lange dabei gewesen, aber vor allem mit dem Quick-Safe-Ding ging das echt recht gut. Und, äh, wenn du dann wirklich mal alle Mudokons retten möchtest, ist das echt schon eine kleine Herausforderung. Da musst du echt aufpassen an der Ende. Jetzt haben wir jetzt gesehen, ich meine, wir wären schon wachsam ohne Ende gewesen, aber trotzdem ist uns, sind noch welche uns abhandengekommen. Aber ich denke mal, ähm, die drei Stück, ja, das passiert. Das hätten auch irgendwelche Opfer so sein können, die dann auch so sehen von irgendwelchen Slicks umgebracht worden sind. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall riesen viel Spaß gemacht. Riesig viel Spaß gemacht, wollte ich sagen. Ähm, mal gucken, was das nächste Projekt ist, was ich spielen werde. Ähm, mal schauen, ob ihr auch da wieder dabei seid. Ich bin auf jeden Fall dabei und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.